Ja, vielen Dank, dass Sie mir auch noch zuhören wollen. Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend. Die meisten haben ja nicht nur die Ankündigung der Zeitung Schleuderzeiger gelesen, sondern auch den tollen Artikel von Herrn Stink. Und wer den sehr aufmerksam gelesen hat, braucht eigentlich gar nicht mehr zuzuhören, denn da steht schon so viel drin. Aber ich hoffe, dass es Ihnen doch noch ein bisschen Neunigkeiten bringen kann. Das war also der Artikel, ist jetzt hier ein bisschen zu klein. Da oben fliegt also die Junkers-Maschine übers Feierberg. Das ist also das Bild vom vorletzten Flugtag. Wer also bei den Flugtagen am Flughafen in Kotekotten mal teilnimmt, immer im September, der kann nicht nur in der Regel eine der Junkers-Maschinen dort fliegen sehen, und sogar mitfliegen, für meine 50 Euro oder was das kostet. Und man kann das Modell sehen, was hier steht. Dieses Modell, da erzähle ich ganz zum Schluss noch ein bisschen über, ist also ausgeliehen vom Luftsportclub Bayern. Und die Modellgruppe hat dies gebaut. Ja, hier fliegt also die Maschine. Und die wunderschönen Bilder habe ich alle aus der Sammlung von Herrn Braun bekommen. Also, das sind also Originalfotos, die er hatte. Und ich bin ganz begeistert. Das war also verwendet worden in der Werkszeitschrift von Werk zu Werk, Ausgabe Ludwigshafen. Also auch die haben dann Reklame mit diesem Flugzeug gemacht. Keine Angst, das ist kein Originalfoto, das ist eine Montage. Die haben niemals so, wie man schon fotografieren könnte. Ja, hier kann man noch das Hakenkreuz ganz gut sehen hier. Und hier unten, kann man leider nicht sehen, ist das Bayerkreuz. Das ist angemalt, anders als bei dieser Maschine, die hier ausgestellt ist. Ja, auch die Firma Junkers, das sind die Junkers Nachrichten hier, macht Reklame mit dieser Maschine, die den Namen D-A-O-H-U, ich schreibe das hier drauf, hatte. Das sind also die Bezeichnungen, die in Deutschland für ein Flugzeug vergeben wurde, in Deutsch und in Englisch. Und ich versuche das mal ein bisschen schärfer zu machen. Ja, hier unten sieht man ein Foto aus der Bayer-Pressestelle. Ups. Bitte aufschickeln oder... Wenn man sich dran lehnt, dann zieht man es runter. Das ist das Problem. Hier wird er gerne, also Medikamente verladen. Und damit sehen Sie auch schon den Zweck dieser Maschine. Ich wollte noch ein ganz bisschen über Rupert Junkers sagen, wer sich da noch verinteressiert, also ich bin kein Abkömmling, ich habe mal die Genealogie der ganzen Familie ermittelt. Ich muss bei mir sieben Generationen in die Hölle gehen, zu dem UUU-Grußvater. Und bei ihm in fünf Generationen treffen wir auch denselben Arme. In der Großstadt Reifbult auch auf das Hugo-Junkers-Gymnasium gegangen ist. So, man konnte sich da die Maschine aussuchen, bei der Firma Junkers in Dessau. Und das hat wohl auch dann hier Bayer gemacht. Hier links sehen Sie eine ganz normale Landmaschine und hier rechts dann eine Seemaschine. Und man konnte die Ausstattung ganz nach seinen Wünschen gestalten. Es war nämlich sehr vielseitig und offensichtlich auch aus militärischen Gründen von den Nazis so gewollt. Wieso Nazis? Die Junkers-Werke sind 1933 in den Besitz des Deutschen Reiches übergegangen worden. Übergegangen, ja, richtig worden. Denn sie sind ganz eignet worden. Die Familie Junkers hat nichts mehr gehabt und hat auch nach dem Krieg noch sehr viel kämpfen müssen, um wenigstens ein bisschen zu kriegen. Wie sind jetzt diese Junkers-Maschinen entstanden? Es gab ja auch Vorläufer. 1919 wurde mit der ebenfalls sehr häufig gebauten und verwendeten F-13 eingoturigen Maschine der Flugverkehr von Dessau nach Weimar und von Berlin nach Weimar eröffnet. Und die Entwickler dieser Maschine waren bei dem F-13 Otto Reuter, der leider sehr früh verstorben ist. Aber Junkers hat 1925 nach der Wirtschaftskrise und nach seinen riesigen Problemen, die er durch die Produktion während der Verbotszeiten nach dem Ersten Weltkrieg, ob er keine Flugzeuge in Deutschland bauen konnte, das haben die Alliierten verboten, ist er nach Schrägen gegangen, ist er nach Russland gegangen, in der Nähe von Moskau gab es eine sehr bekannte Fabrik in Fili, F-I-L-I, und dort hat er tatsächlich auch für den russischen Staat und für den Export Junkers-Maschinen gebaut, aber große Probleme bekommen mit der Finanzierung und mit den Krediten, zum Teil wurde das noch vom Deutschen Reich unterstützt. Später hat man ihn aber in die Kandare genommen, teilweise, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte, das in Reichsgesicht übernommen, damals schon, also nicht erst durch die Nazis, und das war dann auch später anders, weshalb die Nazis ihn enteignen konnten, weil er damals schon nach Ansicht dieser Leute Dreck am Stecken hatte mit dem Geld. Er konnte wahrscheinlich nicht so gut damit umgehen, aber was er wollte, 1925 hat er eine Studie für ein neues Verkehrsflugzeug, nämlich dieser Maschine hier, in Auftrag gegeben bei seinen Ingenieuren. Er wollte ein wirtschaftliches, leicht zu unterhaltenes Flugzeug für den Passagier- und Frachtverkehr machen. Das war also die Absicht, die er hier hatte, und die Steuerung durch die Reichsfluchtwachtministerium und die Militärverwaltung hat dafür gesorgt, dass das wirklich ein sehr vielseitiges Flugzeug geworden ist, das man ganz nach seinen Wünschen bauen konnte. Ursprünglich war die Maschine einmotorisch, also nur hier der ist am Frontmotor, und schon sehr früh gab es dann auch die Bauten mit drei Motoren, die aber erst sehr spät, 1932, an die Lufthansa gegangen sind. Vorher gab es Maschinen und sogar Kriegseinsatz, und zwar in Südamerika. Bolivien hat gegen Klo gekämpft, und da sind diese Maschinen als gekauft worden von diesen südamerikanischen Staaten, und selbst der oberste General der Luftfahrt, der Militärluftfahrt, hatte eine eigene persönliche Maschine, so ähnlich wie später Döbbel zum Titel. Ja, also das Besondere an dieser Maschine war, dass sie den Fügel in der Linksseite in zwei Teile getan hat. Und das sind das, was man heute als Landeklappen bezeichnet, konnte man hier runterklappen, und dadurch konnte die Landegeschwindigkeit so stark gesenkt werden, dass sie im Prinzip auf jeder Wiese landen konnte. Und das war also ein riesen Vorteil. Sehr geringe Geschwindigkeit. Besonderheit war auch das Fahrwerk, das man noch stabiler kriegen konnte. Die geschlossene Kabine, die ersten Maschinen hatten sogar noch ein, das war der Flugzeugführer noch im Fein, aber die F-13, die war schon geschlossen. Und ja, also Erstflug einer solchen dreimotorigen Maschine war am 7. März 1932, fünf Jahre vor dem Kauf durch Bayern. Wir haben uns eine ausgesucht, und ich habe mal auch versucht auszubekommen, was hat so eine Maschine damals gekostet. Wir haben ja eben Goldmarktpreise gehört, und hier habe ich zufällig im Internet einen Verkaufsvertrag gefunden zwischen der Junkers Flugzeugwerk von 1936, also zwei Jahre früher, ganz unten, Mai 1936. Und der Käufer war die norwegische Luftfahrtgesellschaft. Und das war ein ganz normales Wasserflugzeug mit drei Motoren, ausdrücklich vermerkt, die wurden sogar mitgeliefert. Und das Ganze kostete 250.000 Reichsmann. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wie viel das in dem goldgeschätzten Goldmarkt war. Ich habe mal versucht, einen Vergleich zu finden, dass dieser große Mercedes, den der Reichspreisent, Hitler und alle Großkopfkunden gefahren haben, die haben oberhalb von 25.000 Reichsmarken gekostet. Das heißt, für 10 dieser PKWs kriegten Sie da ein Flugzeug. Natürlich haben wir auch so Eigenflugzeuge gehabt. Wie gesagt, Jürgen hatte leider die Maschine. So. Ja, hier konnte man, wie gesagt, aussuchen, will ich ein Wasserflugzeug, oder hier, das ist ja genau die Maschine, wie sie hier steht. Die Ausstattung konnte man wählen mit 16 Sitzen. Die Junkers-Maschine, bei Bayer, hatte einen, die hatte nur vier Sitze, wobei man beide dann umbauen konnte, zu jeweils zwei Schlafbetten. Der hintere Teil hier hinten war ein Frachtraum und der war ganz wichtig für die Junkers-Maschine, weil man damit tatsächlich auch sehr viele Medikamente in der ganzen Welt, in der ganzen Europa, muss ich sagen, transportiert. Hier sieht man eine ganz normale Luftreinzermaschine, mit den 16 Sitzen, eine Toilette, den Gepäckraum, also hinten ist alles frei zum Beladen, man konnte also auch da alle möglichen Gepäcksstücke mitnehmen. So, das war also die Ausstattung der Bayer-Maschine, eine Junk 52, mit drei Motoren, aber eben mit einer Spezialausrüstung. Das ist nichts anderes wie die Pressemitteilung, die ich bei Herrn Braun in den Unterlagen gefunden habe, die man bei der Einweihung, bei der Taufe des Bayer-Flugzeuges in Köln-Butzweiler hoch verteilte. Hier konnten also 1,8 Tonnen Fracht mitgenommen werden, vier Passagiere, es gab sogar eine Schreibmaschine und Thermosflaschen für warme und kalte Getränke an Bord, ein Kleiderschrank. Also es war sehr bequem, denn die Maschine war ausgerüstet für lange Flugzeiten. Das war also auch ganz wichtig, dass man nicht nur mal eben in der Deutschland fliegen konnte. Ja, wichtig sind auch die beiden funken-telegraphischen Stationen, die als Telefon von den Passagieren benutzt werden konnten. Und auf einem Bild sehe ich, also irgendwie waren da auch telefonieren, ob da wirklich ein Ton rauskam, eigentlich nicht. Aber das war tatsächlich mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern hier. und die mit Kleinstationen war mit 200 Kilometern, also die konnten im Umkreis mit den Bodenstationen, mit Hilfe der Bodenstationen, da hat sie auch telefonieren. Selbst für hohe, für große Höhen über den Alpen oder für Menschen, die so eine Flughöhe von 5.000 Metern, da kriegt man ja schon mal Atemnot, nicht vertragen wollte, da hatte man die entsprechende Ausrüstung dabei, um jetzt die Leute mit Atemnot zu versorgen. Das ist also die Mitteilung in den, das war die Bayer-Zeitung hier. Die Junkers-Maschine wird am, wann war es, am 6. 16. November in Butzweilerhof eingeweiht. Hier steht der Redner, der Generalkonsul Wilhelm Rudolf Mann, das ist der Sohn, den man ihn genannt hat, der schon 1931, der Sohn ist 1931 in die Partei eingetreten war, so ein Trudams-Partei-Mitglied und der Generalkonsul war für Dänemark, da hat er sich irgendwie diesen Titel ergattert. Er war, hatte nicht die hohe Position wie sein Vater, aber er war doch immerhin, ich muss es genau sagen, Aufsichtsrat, der Vater war Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied und der Sohn war dann Verkaufsdirektor und Vorstandsmitglied der IG Farben. Außerdem war er Vorsitzender der Propagandakommission der IG Farben, auch er wurde in Nürnberg übrigens freigesprochen. Der Anlass für den Kauf der Maschine dürfte auch das Pharma-Jubiläum gewesen sein. Das bitte? Das Pharma-Jubiläum war so 50 Jahre von 1888 bis 1938 zu feiern und da gab es dann auch die entsprechenden Feiern. Aber hier ist nochmal das erste deutsche Industrie-Großflugzeug, das im Radio im Film will. Man kann sogar die Radiosendungen bei der Einweihung, die sind auf Wachsplacken mitgeschnitten worden, die kann man sich auf einer Webseite von junkers.de anhören. Entschuldigung, nicht bei junkers.de, sondern bei der Kölner Luftfahrtgruppe am Wunzweiler Hof. Da gibt es eine Webseite, die haben diese Dinge von Rundfunkgesellschaft sich geholt. Da war es ein reines Propaganda-Instrument neben der Eigenschaft ist als Fachflugzeug und für den Transport von Prominenten und Kaufleuten und selbst generell, wir sind da mitgeflogen, bei der Einweihung sieht man genügend Uniformen, ich weiß, wen ist das oder das ist mein Opa. Das ist die Opa, in der Mitte. Er muss eine Rede halten, irgendwo in der Vigationsleiter waren während Flüge gewesen, die mussten dann auch reden. Das ist ganz typisch, das sind natürlich nicht alles Leute, die mitgeflogen sind, aber hier vorne Fotografen, eine Filmkamera, überall wo sie in den Städten waren, hat man alle zusammengetrommelt über Plasselmitteilungen und bei jedem Landung, bei jeder Landung in Amsterdam, in London, in Paris, überall hat man ein Empfangskomitee am Flughafen gehabt und es war also ein riesen Kässeauflauf. Hier stehen die drei Piloten, die ich gleich nochmal erwähnen werde, das ist also der Flugkapitän, der gleich noch im Bild kommt. Ja, das sind hier die Fluglinien, die die Junkers-Maschine Jägeflogen ist von Bayer, das ging also hier, der erste Langstreckenflug, das war so eine spannende Geschichte, die auch genau beschrieben ist, es gibt eine Zeitschrift der Farmerabteilung, die Brücke, und da gibt es in jedem Heft, wird das propagandistisch ausgenutzt und ausgewertet, wo sie überall waren, sind zum Teil auch sehr persönliche berichtet, aber das ist also ein Flug über 1400 Kilometer, wie man in allem Wunsch als Non-Stop, die sind also auch in Dublin dann groß gestaunt worden und das ist ebenfalls pressemäßig sehr stark ausgewertet worden. Aber die anderen Flüge, wie man sieht hier nach Rumänien bis nach Istanbul, Griechenland bis nach Finnland, sind also immer Lieferungen gewesen von Medikamenten, aber es waren dann auch rundreißend von anderen Gelegenheiten. Vielleicht könnt ihr hier noch was zu sagen, ob da ihr Obrach kommt. Der ist auch wieder drauf, ja. Der ist mit dem Blumen da. Der Rechte, der Kleine. Ja. Also wieder Großvater und Frauen und er war in der Delegation dabei. Das sind wieder, wie gesagt, die Originalfotos, die mir Herr Frauen nur über geschickt hat. Also das war in jedem Lande Ort so, dass man die vier Leute, die im Flugzeug saßen, einschließlich der drei Besatzungsmitglieder begrüßt hat und empfangen. Hier ist also wohl die größte Rundfahrt von Köln nach Rumänien, Bukalais, Griechen, Saloniki, Äthien, Istanbul und sogar nach Tirana. Und dann werden die sind sie gehen. Dann haben wir die Reisenden in den Sprachen. Geschrieben hat der Artikel ein Heinrich Neumann. Die müssen wir dabei bringen. Den kennen Sie nicht? Nein, die kennen Sie. Also es gab auch Propagandisten, die dann mitgefahren sind und die bei Ihnen. So, wie ist es jetzt weiter? Schöne Mannschaft. Ja, das ist nochmal dieses wunderschöne Gebäude, was heute noch steht, das Verwaltungsgebäude der Pharmaabteilung. Ein Fachbau, der von Ihnen gefahren kam, im Reiter der Kunsthochschule in Düsseldorf gebaut worden ist, der viele Gebäude haben gebaut. Dieses Heft ist ganz in Gold gehalten, weil das Jubiläumsheft war, 1888 und bis 1938. Wie gesagt, möglicherweise auch das der Anlass zum Kauf der Maschinen. Die sind noch sie , die kommen zurück davon. Ja, das Jubiläum ist an der Boch gefeiert worden. Das ist die Mannschaft und es braucht immer drei Leute, auch heute noch. Jedes Mal, wenn diese Jungen Maschinen flug sind 8 Stück gibt es noch da. Insgesamt sind über 4000 gebaut worden. Da muss man immer drei Leute haben. Einmal den Flugkapitän, das ist Paul Schlafke, dann Max Kohl, der Baupunker und Willi Maske, der Baupunker, der Techniker, der die Ölpumpen einschaltet und dafür sorgt, dass immer Benzin an den Baupunker war. Also das war eine sehr bewährte Mannschaft. Man hat Paul Schlafke wahrscheinlich als Verkehrsflieger vielleicht war er schon bei der Lufthansa. Man hat also in Putzweilerhof sehr gut mit der Lufthansa zusammengearbeitet. Denn Standort der Maschine war Putzweilerhof in Köln und dort war auch die Lufthansa dafür verantwortlich, vertraglich geregelt, die Wartung der Maschine zu versorgen. Die Einsatzträne für die Maschine hat dann eine Bayer Direktionsabteilung erledigt, die direkt dem Vorstand unterstellt war und die haben dann in den einzelnen Abteilungen überwiegend Farmer, aber auch Pflanzenschutz dann die Transporte organisiert. Das war sein fester Plan, obwohl man mit so einer Maschine damals auch nicht einfach mal jeden Mittag da hochsteigen konnte. Das war sehr stark noch abhängig vom Mittel. Ja, zu Paul Schlafke und seinen Mitschreitern gibt es eine ganze Dinge zu erzählen. Ich habe also heute mit einem Neffen von Paul Schlafke sprechen können, der auch Teile des Nachlasses von ihm hat. Paul Schlafke ist 1908 geboren, er hat angefangen als Sport- und Verkehrsflieger, ist aber beim Flug, er ist natürlich, er hat selbst die Maschine, die Bayer-Maschine am 1. September 1939, wie es vornehm in der Mitteilung hieß, hat Bayer die Maschine der Wehrmacht zur Verfügung gestellt, auf Deutsch sie wurde beschlacken. Bei den Bayer-Mitteilungen hört sich das immer anders sein. Und ähnlich ist es auch mit dem Tod von Schlafke. Er hat diese Maschine nicht weiter geflogen. Die Jungers Maschine bei Bayer hat auch nur ein kurzes Leben gehabt, denn die ist, ich will selber nachgucken, damit ich nichts Falsches sage, ist am 24. Juni 1941 auf dem Rückflug von Afrika unter dem Kommando von Flugkapitän Eberhard Schäfer, der dicht über Simitömer geflogen ist, von amerikanischen Jägern abgeschossen mitsamt den schwerverletzten Leuten, die im Flugzeug sind. Also die ist dann sofort als Sanitätsflugzeug, als Transportmittel für Medikamente, für Kranke eingesetzt worden von der Wehrmacht, als Kampfmaschine ist die Niemie ausgerüstet worden. Der Tug von Paul Schlafke Er wurde abgeschossen, als er gegen England kämpfen musste, über den Nordsee. Und die Information hier ist vom Kameradschaftsdienst aus der Brücke, dieser Fahnenzeitschrift, vom Oktober, November 1941. Und ja, der Enkel, beziehungsweise der Kappenbruder oder Verwalter von Paul Schlafke hat aber recherchiert, hat mit den Leuten gesprochen, die an der Fachstellung standen, die versehentlich den letzten Schuss auf diese Maschine gegeben haben sollen. So hat der Kirchenmann einen Priester, der in Köln ein Domherber ebenfalls mit dem Namen Schlafke ermitteln können, indem er unmittelbar danach mit dieser Flaggmannschaft gesprochen hat. Möglicherweise auch von den englischen Maschinen beschossen worden, im Nebel oder in Wolken, aber nach Aussage dieser Nachricht von eigenem Flagg abgeschossen worden, das finden Sie hier natürlich nirgends. Nirgends wo er ein Ja, 31 Jahre alt war er und die Kollegen, hier ist nochmal eine Abschieds Mitteilung in diesen Nachrichten und das ist natürlich die typische Schreibweise, wie man dann so was sagt, es wird im Prinzip verschleiert, wie er gestorben ist, auch in der Bundesanzeige. Das ist sein Kollege Max Kohl, der scheinbar überlebt hat. Er hat einen sogenannten allzu harten Landung überstanden, war eine längere Zeit Wien zum Job und hat es überstanden und die waren alle Leutnant. Ich glaube, Paul Schlafke war sogar noch Oberleutnant. Er war Fluglehrer, hat die Leute in seiner Flugstaffel ausbilden müssen und irgendwo schrieb sein Neffe, er konnte gar nicht so schnell ausbilden, wie die Leute abgeschossen wurden. Jetzt sind wir schon in der Nachkriegszeit und bei diesem wunderschönen Modell. Das sind die beiden Flugkapitäne oder die Mitarbeiter, die hier oben in der richtigen Maschine, ich nehme an, das ist hier die Lufthansa-Maschine, geflogen haben, die bewundern hier dieses wunderschöne Modell, das da vorgebaut ist. Das ist also der Fliegerhorst Will, der heute auch nicht mehr da aktiv ist und gebaut wurde die Maschine von Guido Plützer und der Pilot war Rainer Strobel, der auch in Pressemitteilungen erwähnt ist. Dieses Bild ist offensichtlich bei einer Begegnung in Teppeln in Berlin beschlossen worden. So, und das ist dann hier wieder die älteste Zeitung von 1997 halt ich weiß jetzt nicht wo das geschrieben ist. Rheinische Post Rheinische Post steht unten drüber, Entschuldigung, also hat den Glück kommt. Und da ist also daraus zu entnehmen, dass genau 60 Jahre nach Anschaffung der Maschine die auch hier wieder geflogen ist. der Luftsportclub, die Modellgruppe macht regelmäßig auch Flugwettbewerbe mit. Das ist also ein sogenanntes Large Scale Model und sie haben zwar nicht die ersten Preise ermittelt, aber immerhin doch hohe Plätze und große Anerkennung gefunden. Da kann man wirklich, ja, die Beschriftung ist dieselbe, die auch jetzt hier unten von unten zu sehen ist, aber auf der Bayer-Maschine war im Ursprung her ein Bayer-Konus. Ja, dass die auch wirklich geflogen hat, das ist nämlich genau diese Maschine, können Sie hier sehen, das ist also eine Aufnahme vom Luftsportclub und ich lade Sie noch ein, einmal einen ganz kurzen Augenblick mitzufliegen, das ist also der Prospekt von Junkers, über die Junkers-Maschine aus der Baureihe von 1933, 1934 und mal gucken, was Sie da sehen können, das muss ich eben einschalten, im Moment, es gibt also tatsächlich einen Film, ich hoffe, das funktioniert auch, und zwar ist das aus der Filmkabine, von 1934 gefilmt, so ein paar Einbrücke, wie es sich in so einem Flugzeug angefühlt hat, das ist natürlich die 16-sätzige Maschine, die die Luftwanderer gezogen hat, und mit so einer Kiste bin ich also auch mal mitgeflogen, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, und es war nicht so angesangt, wie das hier erschien mit den jungen Mädchen, man hatte zwar einen wunderschönen Ausblick, aber das ratterte und es war voll heiß, der Pilot sitzt nämlich direkt auf dem Frontmotor, sozusagen, und jeder war auch so eine Maschine mit einer eingebauten Schrankmaschine, genauso wie es gerade der Bayern-Maschine war, und ich finde das witzig, dass also so was Praktisches von Junkers dort eingebaut worden ist. In anderen Aufgaben sieht man auch den Bordfunker da telefonieren, und hier gucken die Leute aus, und ja, das ist aber schon hier ins Tempelow, und das ist der Start, dieser Lufthansa-Maschine und wunderschöne Luftaufnahmen von 1933. Das ist ganz schön, dass man so was nochmal sehen kann, wer die Munderlin auskennt, wird da nun auch einiges wiederfinden. Das ist Tempelow hier, einige Aufnahmen wiederholen sich hier, und das ist genau diese drei motorischen Maschinen, die Sie auch hier sehen. Mal gibt es die mit zwei Flügeln, mal mit drei Flügeln, die modernen hatten verstellbare Flügel, das heißt, man konnte dann die Geschwindigkeit so trossern, indem man die Flügel überdreht hat. Es sind verschiedene Motoren gewesen, die meisten waren mit Whitney, das sind noch englische Motorenbauern, oder auch BMW-Motoren. Junkers hat natürlich auch eigene Motorenfabriken gehabt, und hier startet sie noch mal. Also, dieses Ding hat tatsächlich eine Menge Flugstunden hinter sich. Und hier sieht man den geplanten Flügel und wieder die Häuser. das war's eigentlich. Sie können das beliebig lange anschauen. Und ich bedanke mich hier fürs Zuhören, und ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Interessantes über diese Maschine mit so einer kurzen Lebensdauer erzählen konnte. Übrigens war es nicht das erste Industrieflugzeug. Das wollte ich unbedingt erwähnen. Im Artikel steht ganz klar, das erste deutsche Industrieflugzeug. Das erste war der F-13, die aber auch nur zwei Jahre gelebt hat, dann ist er nicht abgestürzt. Das war eine Maschine, die nach Tschechien geliefert wurde, und die hieß Vata-Schuhe. 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 Kennen Sie die teuersten Schuhe, die es gab? Dieser Mann hat sehr viel Geld verdient in Tschechien, und er hat die also schon 1929 gekauft, und der Sohn ist mit dieser Maschine 1931 abgestürzt, war ein Scout. Die Familie war so flugbegeistert, dass sie mehrere Flugzeuge besatz. Aber ich denke, das war ein reines Werbeflugzeug und nicht nur ein Transportflugzeug für Schuhe. Vielleicht sind Sie damit zu tun, das ist einfach. Ja, kreisig Spätsum und ich danke Ihnen fürs Tour. Applaus 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 Wenn Sie noch für Bilder und Groschüren interessiert, kann ich gerne hier einstehen. Ja, sind Sie nach vorne und schauen, Sie haben vielleicht verschiedene Fragen zu der Maschine. Ich habe mal gelesen, es gibt die Tagebücher noch von dem alten Feldbarchall Wilch, und der war ja zunächst damit verauftragt, die Lufthandel da aufzubauen. Genau, beim Generaldirektor und der Milch und der Sohn von Linkers die Wahl dafür, die dreimotorische Version zu bauen. Aber der Alte hat sich quergelegt und wollte unbedingt nur Heimotorisch. Und dann haben die den praktisch als Ultimatum gestellt, zu einem bestimmten Stichtab, wenn er da nicht unterschrieben hätte, hätte er keinen Auftrag von der zu bauenden Lufthandel bekommen. Und da ihn das Wasser bis zum Hals schreit, wie Sie ja schon gesagt haben, hat er dann zähneknirschend fünf Minuten vor Ablauf dieses Ultimatums so bestimmt, dass die so drei Autorität Aber es war ein Segen für diese Maschine, sie war wesentlich länger flugfähig und konnte also ohne weiteres fünf Stunden in der Luft sein und 2000 Kilometer fliegen. Und an anderer Stelle ist noch berichtet, hat er berichtet, er hat einen Probeflug zu einem Flugtag in der Schweiz gemacht, hat den ersten Preislage gewonnen für das beste Flugzeug, fliegen nach Hause über den Thüringer Wald, es tut ein unheimlich Runzer und dann denkt er scheiße, jetzt haben wir so prima Maschine und jetzt plötzlich das hier. Da war die Hälfte der Tragfläche abgerissen, die waren mit einem Sportflieger zusammengestoßen und konnten noch mit zwei Motoren landen. Das ging mit einer dreivotorigen Maschine. Wenn es so ist, dass sie auch diesen Zusammenstoß übersteht, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Also man hat sie wirklich an sichere Maschinen verkauft, obwohl natürlich viele Ausfälle waren. Es gibt schöne Statistiken im Internet, kann man gut finden, wie viele Maschinen nach und nach von der Lufthansa gekauft werden mussten, wie viele abgestürzt sind oder hoch gegangen sind. Aber es ist tatsächlich so, selbst mit stark zerstörten Flügeln konnte die Maschine quasi noch flugfähig. Das ist ganz erstaunlich. Das hat sie ja nachher auch im Krieg noch bewährt. Auch wenn die angeschossen waren, wie kam sie auch noch. Ja, also der erste Testflug war, glaube ich, nach Helbeland oder was, mit einem Wasserflugzeug und das war aber schon eine dreimotorige auch, 1932. aber ich hatte ja gesagt, dass vorher schon Maschinen nach Bolivien geliefert worden sind, die sind dann in Einzelteilen zerlegt, mit dem Schiff da hingefahren worden und man hat dort mit einmotoriger Maschinen Konstruktion begonnen, aber vor Ort hat man entschieden, wir machen drei Motoren. Also man hat vor Ort dann diese zusätzlichen Motoren noch eingebracht und das hat sich aber bewährt dort und ich denke, Junkers hatte da nicht mehr so viel Entscheidungskraft. Er hat nur bis 1935 gelebt, 1800 ist er geboren, 1859 geboren, also er hatte schon ein gesegnetes Alpherm war schon längst im Rettner und ist auf 1931 dann von den Nazis in der Nähe von Berchtesgaden dann sozusagen interniert worden in seinem Wohnhaus und konnte sich nicht mehr mit Flugzeugbau beschäftigen, hat also nur noch ein bisschen Stahl, Lamellen, Hallenbau, Badezimmer und alles mögliche gebaut in der Krise. Die Gasperren damals für die Badezimmer sind ja noch ursprünglich Teil von Junge. Die hat er in dieser Finanzkrise in den 20er Jahren an Bosch verkaufen müssen. Aber Bosch hat sich dann verpflichtet diesen Namen beizubehalten und deswegen steht das heute immer noch drauf. Achten Sie auf das S. Es gibt auch Junker und Ruhe, die hat nichts mit unserer Familie zu tun. Ja, noch weitere Fragen oder Anwärten. Also wenn Sie mal eine Gelegenheit haben, mit zu fliegen, es ist ein Abend, euer 20. Was unbedingt da was sind.